Wir sitzen hier im Waldreichen Park auf die Wiese mit Binis neuer Decke und wir schauen gerade den Leuten beim Kampfer. Für 3-4-3-Test. Doch, weil Marius hat nie fahren. Siehst du alles? Jetzt bin ich... Wow! Das ist die Moni. Nochmal. Nochmal. Da oben ist unser Lager. Hier ist der Schwenk. Das ist die Moni. Das ist die Moni. Vielen Dank.